Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Mauritanien auf der 100er Speed Event Map. Wir haben Tag Nummer 53 und wir stehen zum Glück noch auf Rang Nummer 1 mit jetzt 381 Punkten. Und diese kleine unauffällige Uhr hier oben endet uns daran, dass die Runde in 20 Stunden zu Ende sein wird, denn am 7.8.22 um 13.02 ist der Hard Cut-Off, das heißt dann endet diese Runde, weil sie ja eine Event-Runde ist. Und dann wird abgerechnet und zwar zum Glück mit den Koalitionen zuerst. Da war ich ja kurz in Sorge, dass eventuell sogar die Solo-Punkte zählen könnten oder irgendwas uns noch passieren könnte hier. Aber inzwischen konnten wir uns deutlich absichern, denn die letzten paar Tage hier in der Runde haben uns sehr gut getan. Wir haben viele Punkte dazu bekommen. Peru nicht wirklich. Sie stagnieren jetzt seit einer Zeit bei 327, haben nochmal 20 Punkte dazu bekommen. Wir dagegen konnten uns stark steigern von jetzt den kleinen 300er-Werten bis auf fast 400 inzwischen. Also wir kommen immer näher. Wir könnten die 400 vielleicht sogar noch knacken. Und damit sind wir soweit sehr erfolgreich, haben hier viel gut gemacht, viele neue Infrastruktur gebaut, viele neue Gebäude sind fertig geworden, viele Festungen habe ich auch gebaut. Und das hat uns den nötigen Boost gegeben an Moral, damit wir jetzt fast überall 100 Prozent haben und damit auch genug Punkte, um eben Peru dauerhaft hinter uns zu lassen. Wenn wir uns kurz mal die Provinzen anschauen, dann sehen wir auch hier, dass Peru jetzt zwar Schweden überholt hat, aber uns noch nicht ganz. Und noch ist das kritisch, denn wir können uns aktuell nicht weiter ausbreiten. Peru aber zum Glück auch nicht. Peru ist aktuell im Frieden mit dem Rest von Amerika. Die sind ja auch in einer Koalition zusammen gewesen. Sie sind rausgegangen. Okay, das ist wiederum jetzt ein bisschen scary. Das könnte sein, dass Peru jetzt mitbekommen hat, dass ihr Ziel es sein müsste, eigentlich der Koalition beizutreten, um die vielleicht noch zum Sieg zu bringen für den ersten Platz. Das heißt, ich nehme mal stark an, dass sie gerade den Cooldown abwarten nach dem Verlassen der Koalition oder dass sie vorhaben, diese Koalition anzugreifen. Also wir müssen gerade aufpassen, dass Peru nicht doch noch was macht. Denn aktuell wären wir als Koalition stark genug mit 931 Punkten, dass Peru, wenn sie jetzt Russian Empire beitreten würden, noch nicht genug Punkte haben sollte, um uns zu überholen. Aber das hat sich vielleicht geändert mit dem letzten Tag, der gewechselt wurde. Wir müssen mal ganz kurz im Kopf das durchrechnen. 931 Punkte mit allen 5 zusammen für uns. 588 für Russian Empire. Wenn Peru beitritt mit 327, dann wird das schon sehr eng. Das sollte noch passen, aber es wird sehr eng. Das heißt, ja, Peru auf jeden Fall, sie wissen Bescheid. Sie wissen, was sie machen können, um noch zu gewinnen. Sie wissen, dass das ihre Option wäre. Wir dagegen sind jetzt fertig, wirklich an allen Fronten. Es gibt keine frei zu nehmenden Länder mehr, bis auf eventuell hier Madagaskar. Das wollte ja eigentlich Ägypten sich nehmen. Die sind so ein bisschen inaktiv geworden jetzt gestern. Die haben jetzt nicht mehr viel gemacht. Wir werden jetzt uns hüten, hier nicht einzugreifen, denn ich möchte keinen weiteren Krieg. Und da hier keine Schiffe da sind, werde ich auch nicht jetzt irgendwie landen können. Deshalb, ja, aktuell Madagaskar existiert noch. Ägypten macht hier Dinge. Wir werden sehen, was da passiert. Sie bombardieren hier einfach mal eine leere Stadt zum Beispiel, ohne viel Grund dafür. Und der Rest der Welt ist im Frieden und aufgeteilt zwischen uns und eben dieser Koalition hier und dann noch den Amerikanern mit Peru. Und ja, die Peru-Sache, die ist natürlich ein bisschen kritisch. Da haben wir durchaus Angst vor. Und deshalb habe ich einen Plan vorbereitet. Und zwar diesen hier. Das ist eine gigantische Armee, die 46. Heeresgruppe. Die steht hier auf See. 2,5 Millionen Truppen, 43 Artillerie, 2 Ballons, 5 Panzer, 8 Schlachtschiffe, 5 Kreuzer, 2 schwere Panzer und 2 Kavallerie. Und die stehen hier Richtung Ressife und sind bereit, dort zu landen. Und ich denke, das würde ich sogar ganz gerne mal in Angriff nehmen. Das ist jetzt schon sehr riskant, weil die Runde noch über Nacht gehen wird. Da werde ich dann nicht viel schauen können. Aber zumindest könnten wir so Peru etwas schwächen. Wir müssten eigentlich gar nicht landen, weil wir Peru einfach schwächen könnten durch einen Angriff oder eine Kriegserklärung von allen Membern der Koalition. Aber es wäre doch ganz spannend, da vielleicht sogar noch mal eine Landung durchzuführen. Wir werden mal noch ein bisschen näher uns ranschleichen. Das dauert nicht lange. Peru hat hier keine Sicht auf uns, denke ich. Sie haben hier vielleicht U-Boote. Obwohl, die haben sie nicht. Aha, das wissen wir sogar sehr genau, weil wir nämlich alle Einheiten aufgedeckt haben mit unseren Spionen. Das heißt, wir wissen, sie haben keine wirkliche Ahnung, was hier vor sich geht. Sie haben aus irgendeinem Grund ihre Sichtlinien abgezogen. Das war merkwürdig gewesen vor ein paar Tagen. Haben sie alles abgezogen. Und Eisenbahngeschütze nur hier unten stationiert. Hier ist ein Schlachtschiff. Das heißt, sie wissen gar nicht, was hier gerade eigentlich passiert. Sie wissen gar nicht, dass wir hier so stark stehen. Sie wissen gar nicht, dass wir durchgegangen sind durch die Linie. Und ihr Flieger hier, der hat ja gar keine Ahnung. Das heißt, wir haben hier gerade eigentlich alles unter Kontrolle. Und können hier unsere Aggression frei wählen. Das heißt, wir werden eventuell das heute Abend machen. Wir könnten dann landen. Wir könnten noch ein paar Provinzen nehmen. Ich habe auch ein bisschen hier die Infrastruktur zerschossen mit Spionen. Wir haben hier einiges eingesetzt. Ihr seht hier, viele Spione insgesamt sind jetzt aktiv an 39. Es wurden noch einige gefasst, glaube ich. Es waren noch mehr gewesen vor ein paar Jahren 40. Wir sehen ihre Ressourcen. Die sehen gut aus. Sie haben keine Kohle scheinbar. Das sieht so aus vermutlich. Das wäre ein Problem für sie. Das würde ihre Moral stark senken, weil dann zum einen die Energie nicht ausreicht. Aber zum anderen auch die Eisenbahnen dann deaktiviert werden nach einer Zeit. Und sie haben hier einige Dinge. Sie haben hier einige Nachrichten. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Das ist alles noch älter, glaube ich. Die Depession, die ihr abfangt, die werden nicht immer aktuell sein. Das sind einfach irgendwelche Depession, die noch im Lager sind. Also im Nachrichtenregister. Die werden einfach dann abgerufen und dann abgefangen von euch. Also wenn ihr Depession abfangt, sind das keine Nachrichten vom letzten Tag. Die können von irgendwann sein. Und keine der Namen hier kommen mir gerade bekannt vor. Also vermutlich wird das älter sein. Und sonst haben wir alle Provinzen aufgedeckt und sehen alles, was sie da so haben. Das ist einiges, aber gar nicht mal so scary. Wir haben 20% der weltweiten Militärstärke in uns vereint. Mit Schweden und dem Rest sind das nochmal dann irgendwie an die 40% ungefähr, die wir haben. Peru alleine hat nur 10%. Das heißt, sie sind deutlich stärker. Aber sie sind besser natürlich in der Versorgung ihrer Frontlinien. Wir haben hier eine Armee zum Beispiel zusammengestellt. Die 137. Heeresgruppe in Labrador. Die kann aber nicht wirklich sich messen mit der 4. Armee hier, weil die hier in einer Festung steht. Das heißt, wenn wir was machen wollen würden, dann müssten wir hier erstmal Gagnon angreifen. Dann dort die Festung erobern oder zerstören. Und dann hier irgendwie die hier rauslocken. Denn wir können nicht wirklich hier kämpfen. Ich sehe auch gerade, dass hier einfach ein Bomber im Wasser steht. Von Gröna haben sie auch vergessen dort. Peru ist ja auch am Patrouillieren. Überall sogar. Das ist sehr interessant. Ich würde gerne ein paar Flugzeuge rüberbringen. Kann ich aber, glaube ich, gar nicht. Das ist schon ein bisschen sehr aggressiv. Das ist unser Territorium. Das ist schon eine spannende Sache da, die die hier machen. Ich würde gerne mal meine U-Boote nach Norden bringen. Wann kommen die denn da an? 7 Stunden. Das geht doch eigentlich noch. Da können wir vielleicht die Schiffe hier versenken. Das wäre ganz toll. Denn ich würde die gerne nicht mehr dort haben. Vom Gegner. Und dann können wir vielleicht dort ein paar Punkte noch gut machen. Und dann vielleicht landen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich landen will. Das ist noch, wie gesagt, nicht entschieden. Peru, da haben wir kein Abkommen mit. Da gab es keine Entscheidung, dass wir da friedlich vorgehen. Da sie jetzt aus der Koalition raus sind, gehe ich davon aus, dass sie Bescheid wissen. Und dass sie noch die Runde gewinnen wollen. Das ist natürlich nicht verkehrt, weil es keine Absprache zwischen uns gab. Und natürlich auch kein Zwang dazu existiert. Es gab eine Absprache mit Russian Empire. Dass die den zweiten Platz bekommen. Dass wir sie am Leben lassen. Wir hätten sie auf jeden Fall angreifen können. Machen wir jetzt nicht mehr, weil das wäre schwierig. Da ist Schweden, glaube ich, auch nicht in der guten Position dafür. Sie könnten jetzt Sibirien angreifen. Ja, auch die Mongolei. Die hat ja auch hier so ein bisschen bombardiert mal vor einer Weile. Jetzt nicht mehr. Auch Siam steht hier ganz stark. Wir könnten angreifen. Schweden ist sehr stark. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, mit der aktuellen Lage in der Welt jetzt hier diese große Koalition anzugreifen. Aber auf jeden Fall bin ich mir durchaus der Tatsache bewusst, dass diese Leute wissen, dass sie noch gewinnen können, indem sie sich mit allen vereinigen, die noch so außerhalb unserer Koalition existieren. Und da sie einen Platz frei haben, werden sie den vermutlich an Peru angeboten haben oder das Angebot von Peru angenommen haben. Es könnte aber auch sein, dass sie einfach noch den zweiten Platz hoffen, weil Peru ja Bescheid weiß, dass sie nicht mehr gewinnen werden, also den ersten Platz nehmen werden. Sie werden auch das abgerechnet haben. Und dann könnte es gut sein, dass sie einfach den zweiten Platz haben wollen und Peru eben nicht mit denen hier den dritten Platz sich teilen will, sondern den zweiten Platz haben will. Also das kann auch sein, denn es müsste ja weiterhin passen, 5, 6, 7, 8 und dann 20 drauf gerechnet, sind wir bei 900 irgendwas mit den 327 Punkten, die die haben. Dann wären wir noch unter unseren Punkten, aber das wäre knapp. Das wäre sehr knapp und das ist sehr gefährlich, denn da kann immer was passieren. Da muss einer von uns AFK gehen, im schlimmsten Fall Ägypten oder so, und dann wären wir auf jeden Fall unter den Punkten. Und dann gäbe es nicht mehr viel, was wir machen können. Die Runde geht jetzt bis noch Tag, gut, 56, glaube ich, 57, irgendetwas in der Art. Also nicht mehr lange. Das heißt, die Möglichkeiten, die Punkte zu beeinflussen, sind niedrig. Und deshalb wäre eine Invasion von Peru vielleicht wirklich die richtige Wahl. Sie haben halt eben sehr viele Eisenbahngeschütze hier, nicht viele Armeen aber dafür. Hier oben ist eine größere, aber die ist hier relativ alleine. Die hat nicht viel Infanterie-Support, das heißt, sie werden uns durchaus bekämpfen können, aber sie haben keine große Landarmee hier bereit, die hier steht, irgendwo, um uns wirklich anders entgegenzusetzen. Die Eisenbahngeschütze wären das Schwierigste, die würden auch Verluste verursachen, gerade heute Nacht, wenn ich nicht da wäre dann, also wenn man eben schläft, und dann vermutlich noch morgen früh und in den Mittag hinein, dann könnte ich wieder schauen, aber dann wäre die Runde ja auch fast vorbei, denn die Runde endet morgen um 13 Uhr. Das heißt, wenn dann heute. Also, wir gehen mal weiter. Wenn dann heute, ne? Es wäre vielleicht spannend, es wäre sicher ganz spannend. Die Frage ist, tut Ihnen eine Kriegserklärung mehr weh als uns? Vielleicht. Wir schauen mal kurz in der Zeitung nach, ob Sie denn tatsächlich Eisenbahnen verlieren durch, ja, Sie verlieren durch Lack of Supplies, verlieren Sie Ihre Eisenbahn. Das heißt, Peru verliert hier langsam so oder so Punkte. Und wir können dank unserer enormen Finanzen einfach ganz, ganz viele Spionen überall reinhauen, deren Moral und Eisenbahn zerstören und damit auch Punkte bekommen. Ein Krieg ist aber möglich, weil es gibt keine großen Konsequenzen. Es gibt niemanden, der uns irgendwie stoppen kann. Sie haben keine Allies aktuell, 20 Stunden ist nicht sehr viel Zeit. Das heißt, das sollte okay sein. Ich denke, eine Kriegserklärung tut Ihnen mehr weh als uns, weil wir mehr Infrastruktur haben. Wir haben fast überall herfen. Wir werden noch ein paar mehr bauen. Die dauern 18 Stunden, das ist schon ziemlich lange. Das ist also nicht genug wirklich vermutlich, um die Moral noch zu erhöhen. Wir bauen es einfach mal, weil wir können. Bringt ihr auch Punkte übrigens. Das wurde ich oft gefragt. Wie bekomme ich Punkte für die Rangliste? Die bekommt ihr, indem ihr auch Gebäude baut. Ihr habt einen wirtschaftlichen und einen militärischen Rang. Und der wirtschaftliche, den bekommt ihr, indem ihr Gebäude baut. Die geben nämlich Punkte. Und die meisten Punkte geben Eisenbahnen und Fabriken und Häfen. Und das ist eine sehr gute Idee, die mal zu bauen. Und deshalb empfehle ich es immer sehr, sehr gerne, dass ihr das macht. Überall hier ist die Moral auf 100% angestiegen. In England steigt sie weiter. Das ist sehr gut zu wissen. Wir werden hier mal weiter Festungen bauen, nur um sicher zu gehen, dass hier auch die Moral sich gegenseitig hochschaukelt. Hier oben überall 100% bereits erreicht. Hier noch nicht. Dann brauchen wir auch noch eine Festung. Denn der Tag endet ja auch in zwei Stunden. Das heißt, der nächste Tag kann dann wieder einen kleinen Bonus bekommen mit den Festungen. Das wäre ganz toll. Sonst ist ja alles stabil. Wir können ja mal kurz schauen auf den Karteneinstellungen, die hier oben übrigens sind. Das wissen viele gar nicht. Da kann man die Farben verändern für die Karten. Wir schauen mal die Provinz Moral uns an. Und da sehen wir alles im grünen Bereich. Peru noch nicht ganz, aber das heißt auch, dass Peru noch hier viel Boden gut machen kann. Die ganzen Gebiete hier in Lateinamerika sind noch nicht hoch moralisiert. Die werden noch besser werden. Und das ist für uns ein Problem, weil das heißt, dass sie noch Punkte zu gewinnen haben. Das ist ein bisschen gefährlich. Müssen wir schauen, wie wir das machen wollen. Und genau. Ja, Peru also stark. Hat viel Militär. Gute Moral überall. Hier unten alles sehr solide. Keine Probleme mit der Moral. Hier oben könnte die Moral langsam so ein bisschen fallen. Das ist die Hoffnung. Wir werden sehen. Für uns, ich glaube, haben jetzt überall 100%. Vielleicht hier unten noch nicht sofort. Ja, noch nicht ganz hier unten. Die ganzen neuen Gebiete sind noch nicht 100% moralisiert. Der Rest aber, der kommt immer näher an diesen Wert. Und das ist sehr gut. Dann können wir hier noch ein paar weitere Häfen bauen, würde ich mal sagen. Wenn das hier fertig ist alles, am besten einfach so. Dadurch haben wir dann noch mehr Punkte, noch mehr Moral. Am Ende dann, sobald dann nochmal ein Tageswechsel kommt. Und damit ist uns dann auch sehr geholfen. Ich würde sagen, hier bauen wir nochmal Festungen. Die werden auch nochmal viel tun. Festungen sind wirklich ein sehr gutes Mittel. Die bringen viel Moral. Sind sehr easy zu bauen, dauern deutlich kürzer, brauchen fast keine Ressourcen. Am Ende vor allem, das ist alles sehr wenig. Deshalb empfehle ich immer Festungen, Festungen, Festungen. Da werden auch viele gute Spieler, werdet ihr sehen, die bauen überall Level 5 Festungen. In jeder Provinz haben die eine dicke Festung. Das hilft natürlich auch dabei, dann das Game auch zu gewinnen, weil die Festungen auch einen sehr guten Defensivwert haben. Und das wird ungemein helfen euch, wenn ihr dann versucht, irgendwie, wenn ihr versucht, irgendwie die Moral oben zu halten. Denn gerade auf den größeren Karten ist es wirklich fast unmöglich. Also die 500er-Map ist so groß, dass man als Land alleine die Welt gar nicht kontrollieren könnte, glaube ich, weil die Moral aufgrund der Distanz so niedrig irgendwann wird, dass sie sich gegenseitig immer weiter runter schaukelt dann, weil ab einem bestimmten Wert gibt es einen negativen Impact von Nachbarsprovinzen. Und dann geht das immer runter und immer weiter runter und dann verliert ihr Ressourcen und immer mehr Moral und immer mehr Moral. Dann geht diese Welle aus niedriger Moral immer weiter in eure Kerngebiete rein und dann ist das sehr zerstörerisch. Deshalb muss man da immer sehr aufpassen. Genau, also ich würde sagen, wir greifen vermutlich später an. Ich würde es einfach gerne nochmal gemacht haben. Als großer letzter Krieg wird keine volle Invasion, also es wird eine Invasion werden, ja, wenn es passt, aber keine volle Eroberung von Peru. Wir werden das nicht schaffen in der Zeit, aber wir werden auf jeden Fall sie ein bisschen stören. Und das wird, denke ich, ganz gut sein. Von daher, ja, würde ich sagen, schauen wir mal, wie das läuft. Später geht es dann los. Ich werde nochmal versuchen, aufzunehmen dafür. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.